Vielleicht sollte ich dieses Format gleich wieder umbenennen. Sowas wie Kommas mit Katja oder Katja kriegt die Komma-Krise. Hallo liebe Leute! Willkommen zu Klugscheißen mit Katja. Oh, Moment. So, Ordnung muss sein. Tja, was soll ich sagen? Ich hatte nicht damit gerechnet, so schnell eine weitere Episode Klugscheißen mit Katja zu machen und schon gar nicht damit, dass es schon wieder um falsche Kommasetzungen gehen würde. Aber, als hätte sie es gewusst, hat meine Mitbewohnerin vor einigen Tagen ein paar Karten von einer Jobmesse mitgebracht, wieder von einer Bildungsinstitution und wieder mit Komma-Fehlern drauf. Wobei, wobei ich sagen muss, es waren sechs Karten und ich habe nur auf zwei davon Fehler gefunden. Insofern, es handelt sich um diese beiden Karten. Die Sprüche gefallen mir gut. Auf dem hier steht, so wenig Bock wie heute hatte ich zuletzt gestern. Ich glaube, ich kann sogar verstehen, warum da ein Komma ist, nämlich weil hier ein Wie steht. Es ist nur leider ein vergleichendes Wie. Denn es gibt im Deutschen ja mehrere Bedeutungsarten des Wortes Wie. Einmal haben wir das vergleichende Wie. Du bist so groß wie ich. In diesem Fall kommt kein Komma hin. Das gehört einfach zusammen. Du bist so groß wie ich. Dann gibt es aber das qualifizierende oder maßgebende Wie. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, wie groß ich bin. Vor dieses Wie kommt ein Komma. Und dann gibt es natürlich noch den Fall, in dem es einfach das Fragewort des Satzes ist. Zum Beispiel, wie groß bist du oder wie geht es dir? Da brauchen wir natürlich kein Komma, aber ich glaube, das wissen wir alle. So, das heißt, eigentlich gibt es zwei Arten von Wie. Einmal gibt es das Wie, das sagt, wie sehr, wie groß, wie bla. Und wenn das in einem Satz vorkommt, dann kommt ein Komma davor. Ich weiß nicht, wie groß er ist. Aber wenn wir ein vergleichendes Wie haben, nämlich, du bist so groß wie ich oder das ist so blau wie der Himmel, dann brauchen wir kein Komma. Das vergleichende Wie. Eigentlich ganz einfach. Bei dieser Karte hat das einfach jemand verwechselt. Denn so wenig Bock wie heute, ist vergleichend, hatte ich zuletzt gestern kein Komma. Die zweite Karte. Soll ich dir schnell helfen oder bekommst du das alleine kaputt? Auch lustig. Da ist ein Komma von einem Oder. Und das verstehe ich dementsprechend noch weniger, denn ich hatte zumindest in Erinnerung, dass das eine der ersten Regeln ist, die man lernt. Kein Komma vor einem Oder oder einem Und. Grundsätzlich. Das ist ganz easy. Es gibt natürlich Ausnahmen, in denen ein Komma vor einem Oder oder einem Und steht, weil es durch irgendwas anderes ausgelöst wurde. Wenn ich zum Beispiel sage, mein Hund, der oft bellt, und der Hund des Nachbarn spielen zusammen, dann setze ich ein Komma nach Hund. Mein Hund, Komma, der laut bellt, Komma, das ist ein Relativsatz, und der Hund des Nachbarn spielen zusammen. Dann steht da natürlich technisch gesehen ein Komma vor dem Und. Das hat aber mit dem Und selbst nichts zu tun. Und mit Oder ist es ganz genauso. Das heißt, hier haben wir ja keinen Einschluss, das ist ja eigentlich ein ganz simpler Satz. Das heißt, vor diesem Oder kommt kein Komma. Wie im letzten Video, deswegen komme ich mir auch so blöd dabei vor, nochmal eine Folge über genau das gleiche Thema zu machen, aber sei es drum. Liebe Kollegen von Campus Hunter, auch ihr seid eine Bildungsstelle. Auch ihr solltet das besser wissen, auch wenn auch ihr nicht speziell auf Sprache konzentriert seid. Denn das hier sind wirklich einfache und dumme Fehler. Mein Tipp? Lasst jemanden hier drüber schauen, der sich mit Rechtschreibung und Zeichensetzung auskennt. Ich habe gehört, da gibt es sogar Programme für. Das war es für diese Ausgabe von Klugscheißen mit Katja. Nächstes Mal geht es um was anderes als um Kommas, ich verspreche es. Bevor wir alle gehen, möchte ich wie immer auf meinen Patreon hinweisen, dass sie sind alles wunderbare Leute, die DFE, diesen Kanal und somit auch Klugscheißen mit Katja finanziell unterstützen und dafür sorgen, dass ich weiter Videos machen kann und gleichzeitig studiere. Wenn ihr Mitbewohner. Wenn ihr auch auf dieser Liste stehen und noch ein paar andere Belohnungen bekommen können wollt, dann geht doch mal auf meinen Patreon, der ist immer in der Beschreibung verlinkt, auch auf dem Bildschirm zu sehen gerade. Schaut euch da an, was es gibt, ob es was für euch ist, ob ihr euch das leisten könnt und so weiter und so fort. Ich freue mich natürlich über jeden, der mitmacht. Vielen Dank an alle auf dieser Liste und besonderen Dank an die Leute, die 10 Dollar oder mehr pro Episode spenden. Und das war's. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.